Wir müssen Gewürze von unserer Kolonie einsammeln, du Mongor. Wenn ich was so wunderschön vorlese, kannst du ruhig mal drauf hören, was es ist, okay? Es ist warm genug, was zu lesen. Über die Kolonien, was willst du denn bei den Gewürzen? Das scheint mir nicht richtig. Bist du gar nicht. Wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Verkaufe Gewürze an ein anderes Reich. Bahne den Handel mit dem... Ja, ja. Jörere Informationen im Missions-Tagebuch. Irgendwie sind wir zu blöd davon. Weil wir haben jetzt ein Gewürze gekriegt, das kann es ja wohl nicht sein, oder? Fliegt doch mal über die Gewürze vielleicht. Was ist das? Wo ist das? Keine Ahnung. Guck hoch, wir wollen gesorgt haben. Kannst du das abladen bitte? So. Du musst den... ja? Ja, den hat ja nicht mal. Ich bin mir so eine Tür rum. Ah! Die ökologische Nische ist voll und kann keine weiteren Spezies aufnehmen. Ich weiß grad, ob die jetzt irgendwas machen. Kann man sich nicht mehr machen? Die Einzelnen. Boah, wieso machst du das? Den zu handeln? Gute Sorgen. Nein! Das macht schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ein bisschen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich weiß auch nicht. Deswegen sammle ich irgendwas mal ein. Ja, wir sollen aber eigentlich nicht sein. Daran hast du echt Spaß. Oh ja. Guck mal, wie weit der fliegt, Alter. Schwerlich losgelöst. Von der Erde fliegt das Raum schon schwer. Ja. Ins Wasser? Geht das? Ja. Geil. Mach schon ein bisschen Spaß mit dieser... Ja. Sie können nicht unter Wasser leben. Platziere sie an Land. Ach, ich suche. Okay. Okay, gut. Lassen Sie. Ja. Okay. Ja, komm. Verkloppen wir das hier. Wirklich einfach in den neuen Bereich. Egal bei welchem. Das ist relativ gut. Aber wir haben sowieso genug Knett. Ich weiß nicht, wie teuer das Rauchschiff auswerten ist. Aber sonst haben wir nie viel Geld los. Ne? Ach, müssen wir vielleicht wieder zurück zu dem Typen, wo Kat schon gehandelt haben? Ne, du kannst zu irgendeinem gehen, mit dem du handeln kannst halt. Äh, drück mal, warte mal, geh mal mit dem Mauszeiger hier drüber. Mein Reich, was haben wir hier noch? Verbündete und Feinde. Periode, ne? Was ist das? Geh mal über das zweite. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Nicht wirklich. Und das erste. Und das erste. Ich denke mal nur, wenn du das, äh, gemacht hast, äh... Ach, keine Ahnung. Wir müssen einfach zu euch und einem, wo wir wissen, dass dort irgendwelche Leute leben. Geh mal wieder zu. Das hat sie blinkt. Ja, das klingt so gut. Oh! Was ist das? Oh, der kurreiche E-Mail. Was ist das? Er hat mich voll überrascht mit dem, dass er den Mut so rauf gemacht hat. Zeig dem... Quabert? Quabert. Quabert. Wie Ernie. Hätt ich dich heute erwartet. Na. Hätt ich Kuchen da. Und du hast schon wieder keinen Kuchen da. Kuchen da. Hätt ich dich heute erwartet. Hast du nicht mehr Kekse da? Kuchen da. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's? Vorbehoff, vorbehoff, vorbehoff. Hättest du nur was gesagt? Hätt ich Musik bestellt. Die besten Musiker von der Welt. Hättest du nur was gesagt? Hätt ich Musik bestellt. Und dich empfangen mit... Tschüss, Leute. Ich gehe. Okay, ich lese weiter. Sein strahlendes Antlitz. Widerhält uns eine außerirdische Rasse für würdig, mit mir in Kontakt zu treten. Wahrhaftig ein äußerst verheißungswürdiges Zusammentreffen. Wir werden die feinsten und wohlriechendsten Speisen teilen. Okay. Stinkende Speisen. Genau. Wir werden singen. Ja, ich habe schon gesungen. Wir werden tanzen und wir werden feiern. Okay. Und am Ende basteln wir ein dicker Album, damit künftige Generationen sich an diesen Tag erinnern können. Das ist cool. Das ist cool, ja. Du dagegen hast einen Grund bescheiden zu sein. Kleiner Scheiß. Echt jetzt. Das ist echt. Ein Stück Kuchen. Kuchen. Hätt ich dich heute erwarten. Ein Stück Kuchen. Haben wir überhaupt Kuchen? Oh, Moment. Wir haben gar keinen Kuchen. Kuchen. Hey, verkaufst du nicht zufällig Kuchen? Hätt ich dich heute erwarten, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Hätt ich dich heute erwarten, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's? Du kannst die Tiere gar nicht verkaufen. Ups. Alter, da hat ein Stück 11.000 gekauft. Vorhin haben wir 12 Stück für 2.000 gekauft. Ja. Das ist ja wohl ne Frecher. Moment, Moment. Wir raten. Was du für uns willst. Hm. Ist es ein Regenschirm? Okay, also nicht. Dann gut. Dann sag's uns. Ich fand dich. Bündnis schließen? Ja, mach einfach mal. Wir feiern keine Partys mit Außerirdischen, die wir nicht kennen. Das ist Grundregel Nummer 1. Aber wenn du ein paar Bogen Dinge für uns erledigst, sind wir vielleicht interessiert. Ich werde dafür sorgen, dass es zu diesem Bündnis kommt, egal was ich dafür tun möchte. Na ja, na ja. Egal nicht. Doch. Neuerungen sind wunderbar und nichts ist wunderbarer als ein Brandnei. Zivilisation. Im Jam-System scheint es eine zu geben. Hüpft doch mal rüber und hol uns einen neuen Freund. Aber im Jam-System ist doch unsere Spezies. Ja, aber es sind auch noch andere. Achso. Wie finde ich das? Klingt machbar. Ausgezeichnet. Wir wärmen schon mal eine neue Zelle in Ehemzug vor. Kommen innerhalb von 6 Sektoren zurück. Die Uhr beginnt zu ticken, sobald du auf dem Planeten Kali zu... Kommen wir aus. Alles klar, das machen wir auch. Wie heißt der? Eiern. Eiern. Nein, nein. Nein, da wollen wir nicht hin. Was soll das alles? Hier sind einmal nur Linien, Zeichen... Nein. Weiter nach oben, du Chefkick. Weiter. Wir wollen zum Entführer... Was soll denn ein Broker einführen? Haha. Ein Jam-System. Muss man sagen. Aber doch hier irgendwo. Weißt du es noch? Ja, irgendwo hier oben, glaube ich. Ah, drück mal einfach auf Reise-Route. Wir wissen ja, wo... Wir wollen... Auf den, wo wir überall schon waren. Was hier? Und Ben Den, den hier drüben Ton Kyo Und ein Grubo Hä? Was soll da? Ach, der hat jetzt eine Aufgabe für uns Kann ich mal kurz was haben? Da ist Cam Aber hier steht Andi, warte mal Das war falsch Da steht Can, nicht Cam Was wollen wir hier noch? Jetzt müssen wir C, E, M und C, A, M Ja, gut Dann fährst du jetzt wieder weg? Ja, weil wir da in den Planeten Äh In den Can-Systemen müssen Und nicht in den Planeten Achso, achso, naja, jetzt versteh ich's Und drückt mal hier irgendwie auf das Erste Die irgendwas verändert Die irgendwas verändert Hin auf das Zweite Nida, ich denk mal, wenn du das an Äh, machst, dann Zeig das dir nur so alles an Machen wir das dritte wieder weg, äh das hier Machen wir das hin Das ist wenn du Das wenn du Favorit-Nippchen passt Ach, besucht Ja, das kannst du weg, ja Machen wir das hier Was ist das? Müssen wir da hin, oder was? Das hat doch mit den Linien irgendwas zu tun, oder nicht? Alter, das ist ja heutzutage Das hatte ich nicht, oder? Aber mich auch So Keine Ahnung Keine Ahnung, wie soll ich denn so Gehst du da jetzt bitte hin, wobei sie blinken, oder was? Lass mich nochmal gucken, ja Hab ich das? Warte mal Geh nochmal zurück auf den Planeten, ne Hoch, hoch, hoch Ach, genau Na fast Missionen Wir haben eine Mission Die haben eine Wir auch Na dann müssen wir wieder hin Und dann Fung mal Überbaum Ne Feuer aus Erd Nein Was ist die Scheiße? Bum 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 Alltag Unterschiedlich nennen wir nicht drinnen, Jungs, oder was? Guck mal auf den Weißen Warum ist der so? Das verstehe ich nicht Ah, der kann doch rein theoretisch nicht zu weit weg sein von uns, oder? Weiß ich nicht Kennen hier, also doch Ah, okay Dann ist das doch das Weil hier steht Mission Und das zeigt an, in welchem System das ist Na aber es ist ja hilfreich, wenn du weißt, dass du mit den Dingern hier interagieren willst So was musst du Ein Bürger Von Katzi Thoros Ja, im Führung einfach mal Oh, die kleine Elefanten Elefant Benjamin Oh, die kleine Elefanten Hier sind die Menschen, die hier nicht Bewohner Gerade, leider können wir ja nicht genau Oh, hier ein Beruhige Typ Ein Morgens Ich sehe nicht, du hast alle eingesammelt, die euch in den Sinn und ihr helft das weggeschubt. Ja, eben. Du kannst hier nicht bleiben. War jetzt echt? Wo? Du hast sechs Leute. Ja, eine Klau spüren die dich ab. Du hast sechs Leute entführt. Na ja, dann noch fünf Minuten entführt. So, wo war das jetzt? Ich würde zurückgehen. Ich würde zurückgehen.